Wanted in der Reihe Banks Against Future, Deutschlands größte Klimakillerbank, die Deutsche Bank. Sie gehört nicht nur zu den größten Geldgebern der arktischen Öl- und Gasindustrie, auch ihre Kohlefinanzierungen verstoßen gegen das Pariser Klimaabkommen. Seit dem Klimagipfel in Paris hat die Deutsche Bank über 6 Milliarden Euro Firmen zur Verfügung gestellt, die weltweit neue Kohlekraftwerke bauen oder planen. Sie ist zudem die größte Finanziererin von Europas Klimakillerunternehmen Nummer 1, RWE. Und auch Univer, das in diesem Jahr mit Dublin 4 noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz bringen will, zählt zu ihren Kunden. Auch wenn es um Waffen geht, ist die Deutsche Bank mit dabei. Mit Kunden wie Airbus, Boeing, Lockheed Martin und BAE Systems finanziert sie Unternehmen, die Rüstungsgüter in Kriegsgebiete liefern. Wanted, die Deutsche Bank, weil ihre Finanzierungen unsere Zukunft zerstören.